Geh doch! Aber nicht lange. Ich brauche jetzt dringend was in meinen Bauch hinein. Da liegst du schon wieder im Weg. Ich dachte immer, Monster wäre wild und widerlich. Aber der da, der liegt nur faul rum und frisst nicht voll. Mach, was du willst. Ich muss jetzt die nächste Klavierstunde vorbereiten. Aber räum wenigstens dies unglaubliche Chaos auf. Den mach ich. Christina! Schuppenpreide, wie geht's dir? Was ist das? Ah! 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 Stopp! Schlicht! Mama! Lass Zörtelkralle in Ruhe! Könntest du es ihm nicht beibeinen? Ja, stell dir bloß mal vor! Ein Monster... Ach was! Das ist ja lächerlich! Dieses stinkende Scheißel hier wie über... Nein! Bitte! 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 Lass mir mein Monster! Zörtelkralle! Oh! Ist das hier deine Höhle? Hm. Was willst du hier? Verschwinde! Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Gar nichts. Es tut mir leid. Ehrlich. Furchtbar leid. Aber musstest du auch so eine wahnsinnige Schweinerei anrichten? Ausgerechnet auf Mamas Klavier. Aufspießen wollte sie mich. Meinen Schwanz hat sie mir fast ausgerissen. Angst und Schrecken hat mich gehabt. So eine Ahnung für die Jahre meines Lebens mich das gekostet hat. Schau mal. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Weißt du noch? Weißt du mir und schrecken dich? Ach du sowas! Worum Untertitelung des ZDF, 2020